Herzlich Willkommen zu 1000PS TV, hier von der EICMA, ich bin am Stand von Brav Superior, bin zutiefst beeindruckt, das ist ein Wahnsinn. Bei mir ist der Albert Casten, Albert, ganz große Freunde, Executive Director von Brav Superior und ich gebe mir jetzt mal eine echte Blöße und Frage, Albert, ich weiß nicht viel über Brav Superior. Ich denke, die Branden wurde in 2013 re-launcht. Ja, in 2013, hier bei der EICMA. Wir waren sechs Jahre vor, mit einem Mockup. Wir haben ein Mockup mit dem wir design gemacht haben, denn wir sind eine Design- und Engineering-Familie. Wir haben gearbeitet mit all den Hauptmanufakturern, um design- und Engineering-Familie zu machen. Wir waren bereit, mit all dieser Erfahrung zu machen, um unsere eigene Böcke und unsere eigene Engine zu machen. Wir entwickelten ein Mockup und ein Engine zu machen. Und als wir sie gezeigt haben, in 2013, haben wir ordnungen gemacht. Wir waren überzeugt, dass wir in den Industrie-Prozess investieren. Wir entwickelten, von Beginn, eine komplette Böcke. Wir haben eine Reihe von drei Modellen jetzt. Wir sind in unserem vierten Jahr der Produktion mit Brav Superior. Wir produzieren über 100 Böcke pro Jahr. Und das ist neu. Wir haben hier bei der EICMA dieses Jahr. Es ist eine Partnerschaft mit Aston Martin. Und Brav Superior und Aston Martin sind perfekt. Die Branden haben die gleiche Geschichte. Und wir haben ein sehr einfaches Projekt gemacht. Sie haben die Böcke gemacht. Es ist ein Aston Martin Design. Es ist eine Brav Superior Technik. Und hier haben wir eine Böcke-Sculptoral Böcke, die wir sehr beeindruckt haben. Aber es ist so wunderschön. Und wenn es nur Böcke ist, kann ich nicht vorstellen, dass ich diese Böcke auf der Böcke krasse. Es ist wunderschön, dass wir die Böcke auf der Böcke krasse. Was sind die Spekte? Wir haben 180 Böcke-Sculptoral Böcke. Es ist eine Turbo-Charge. Das ist eine spezifische Funktion. Es ist nicht ein Kompressor. Es ist eine Turbo-Charge. Wenn Sie sehen, haben Sie die V-Sculptoral Böcke gemacht. Die V-Sculptoral Böcke hat sich gemacht, um die Turbo-Sculptoral Böcke zu setzen. Wir haben 180 Böcke-Sculptoral Böcke Es könnte mehr sein, aber es ist nicht notwendig. Es ist eine Sculptoral Böcke. Es ist für die Sculptoral Böcke. Es ist für die Sculptoral Böcke. Es ist für die Sculptoral Böcke. Sie haben etwas uniques, mit so einer Art und Weise. Das ist das Auto-Interior von Aston Martin. Der Workshop, der diese Art und Weise gemacht hat. Das ist wirklich krass. Wie groß ist das Displacement? 1000cc. 1000cc? Ja. Und haben wir irgendwelche elektronische Funktionen auf dem Böcke? Nichts wirklich. Es ist ein PCU für die Injection. Und in dieser Definition ist es wirklich einfach. Von jetzt haben wir keine elektronische Funktionen. Wir haben den aktuellen Rang auf dem Böcke mit ABS und so weiter. Und wir arbeiten jetzt auf Euro 5. Aber hier ist es nur eine einfache Böcke. Aber für das gut. Es ist nur eine einfache Böcke. Das ist wirklich eine schöne Ausführung für diesen Böcke. Es ist wirklich clean. Es ist wirklich clean und einfach. Aber es ist wirklich beeindruckend. Aber es gibt nicht viele Modelle. Ja. Es ist das erste Modell. Es gibt nicht viele Stück von diesem Böcke. Oh. 100. Ja. Es ist eine limited Edition. Es ist wahrscheinlich das erste Modell aus dem Böcke. Es ist wahrscheinlich das erste Modell aus dem Böcke. Weil wir bereits denken über die Zukunft. Ja. Aber hier sind es 100 Units. Und es geht sehr schnell. Der Interesse kommt gerade von gestern. Ja. Es geht schnell schnell. Und wie viel ist es? Was muss ich dafür bezahlen? Also mit 20% VAT. Für den Kunden ist es 108.000. 108.000. Ja. Ich bin ziemlich sicher. 100.000. Es wird nicht genug sein. Ich denke so. Aber wir müssen sie nachher produzieren. Also wir haben eine Plante. Aber es ist... Und es ist basiert in Toulouse. Ja. Es ist wirklich gut für uns. Denn wir haben die Flugzeugindustrie. Und die Böcke ist meistens mit Maschinen. Es ist wirklich einfach. Und in diesem Fall ist es Struktural Carbon. Also alle Böcke sind in Struktural Carbon. Ja. Dieser ist wirklich beeindruckend. Aber ich denke immer, als ich ein normaler Motorbike rider. Ich denke immer, wenn man auf der Straße geht. Street Legal. Brath Superior hat Böcke. Ja. Ja. Vielleicht, Albert, du kannst mir einen von ihnen zeigen. Ja. In Austria und Deutschland. Ja. Für directe Kunden. Wir haben einen Distributor in Austria. Ja. Wir haben eine Diskussion mit einem Distributor in Deutschland. Ja. Ja. Weil wenn wir keinen Distributor haben. Wir verkaufen ihn direkt aus der Faktoren. Aber es ist immer besser, dass jemanden in den Platz. Ja. Ja. Und diese Böcke könnte durch die Aston Martin Diller Network. Ja. Das ist verrückt. Ja. Vielleicht kannst du mir einen von den Street Legal. Albert. Ja. Ja. Und diese Böcke kann ich mit einem Nummerplate fahren. Ja. Ja. Wir haben schon einige in Deutschland. Das ist ein Street Legal Euro 4. Für den Moment eine Böcke. Das könnte auf der Straße fahren. Es ist ein sehr einfaches Motorrad. Weil es ist ein 1000cc V-Twin. Aber es ist nicht in low revs. Also es ist ein schönes Böcke. Alle Journalisten, die diese Böcke haben gesagt. Es ist ein sehr schönes Böcke. Wie viele Kilometer und was ist die Böcke? Mit der Homologation ist es 100. Du könntest eine Sport-Konfiguration bis zu 120. 220. 220. Sorry. Aber die 100 Böcke ist wirklich gut. Es ist ein sehr guter. Es ist eine fantastische Böcke. Hier haben wir das Art Deco-Design. Mit dem Slash-Cut-Exhaust. Wie Sie sehen. Double Ports. Der 4-Break-Deck-System. Der 4-Disk-Break-System. Der 4-Disk-Break-System. Das sieht wirklich aus wie ein Böcke. Es ist ein Low Diameter. Aber es hat eine große Böcke. Und wir haben alles entwickelt. Wie Sie sehen. Die Master-Cylinders. Die Headlights. Alle diese Maschinen. Die Fokke ist auch die falsche Expräsion. Wie heißt es? Es ist eine frische Patente. Es ist sehr nahe mit der Dua Leuver von BMW. Für die K-Series. Und wir haben das gefällt. Weil es sieht nicht wie ein Fokke. Oder ein modernes Fokke. Das wird hier nicht. Und es hat viele Vorteile. Es ist sehr stabil. Man kann die Böcke und die Böcke. Wir lieben es. Diese Böcke ist nicht limitiert. Aber es wird nicht viel auf der Straße. Ja. Denn wir produzieren limitiertes Volumen. Es sind ungefähr 100 Böcke pro Jahr. Wir haben den Soundrasser. Das ist eine Art von Scrambler. Hier der Chassis ist anders. Es ist mit einer hohen Position. Man kann es auf der Straße. Und das ist die Ss100. Das ist die Klassiker. Das ist die Klassiker. Mit den Streifen auf dem Tank. Und das ist typisch 20s und 30s design. Es ist wirklich fantastisch. Eine Frage. Für sicher. Wenn es street-legal ist, muss es ABS. Aber keine andere Elektronik. Nein. Nein. Es ist nur ABS. Ist es nur ABS? Ja. 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 Ich muss sagen, danke. Es war wirklich großartig. Brav Superior. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke. 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 Danke.